So, da ist noch ein bisschen Platz für ein paar Schlösser, aber man kann theoretisch hier Airfield relativ gut Goldlocks, Farm Ich wollte eigentlich meinen Side-Charakter dann noch in den Squad holen, damit man Goldschlösser craften kann, aber... Ich habe hier nebendran noch so einen kleinen Outpost, da habe ich mir gedacht Oh! Es geht gut. rein dann läuft noch einer 2-Heads der K18 ist schon ab hinten jetzt hinterm Stein direkt an der Strasse von in Richtung Stadt gut verliebt gut 2-Heads 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 co ich habe 10-Heads 2-Heads Und das habe ich schon gesehen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, immer andere. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.